Moin, ihr Landraten. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute hier im Wunderbaum, Berlin. In der Nähe von der Insel der Jugend. Und da ist heute auch Programm der Name. Ja, denn wir beiden Berufsjugendlichen sind auch im Jahr 2014 kein Mühreifer geworden. Ach nee, ach was? Oh Gott. Und der unermüdliche Kampf zwischen Groß und Klein, Gut und Böse, ja. Schnack du mal, du. Schnack du mal hier ein für die Leute. Schnack mal ein. Halt die Schnauze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aushalten. Was ist denn los? Wieso ein bisschen eine Seifebrise an die Ohren? Ich kriege auch die Kohlen Ohren hier, oder was? Obacht, ich geb mich jetzt mal in Schale schmeißen. Knack, 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 knack. Mit den Zangen hab ich die ganz schön geknippt, ne? Hör auf jetzt. Wir beide werden gleich unabhängig voneinander jeweils ein wackeliges kleines Schlauchbuch betreten und werden mit einem Seil in die reißenden Fluten der Spree gelassen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, wir werden nie näher als 5 Meter aneinander kommen. Um den anderen das Leben schwer zu machen auf hoher See, haben wir dann, sagen wir mal, so ein paar Joker, Waffen und Tools, die wir uns geheim ausgedacht haben, die wir dann nacheinander ziehen können. Und es gibt natürlich dann nur eine Regel, wer zuerst wieder an Land ist, der hat verloren. Wann grinst du so? Hä? Sie ist sicher. Komm her. Was hast du denn da drangebaut mit Pylonen? Wann lass uns so bescheuert? Komm her! Du kannst auch so böse gucken. Komm her! Du siehst aus wie das traurigste Kind beim Karneval. Du kannst dir direkt einen abholen. Was machen wir, mein Freund? Könnt ich bitte das haben, was die Zitanik zum Kettern gebracht hat? Dankeschön. Größter Feind des Schiffes ist? Hä? Eisberg. Was war das? Was war das? Was macht der? Joko, es ist ein Trauerspiel mit dir. Nein, es ist kein Trauerspiel. Hast du dir das zuhause ausgedacht? Wenn dich der Eisberg aufschnitzt von unten einmal, von vorne bis hinten, vom Bug bis Achtern. Da guckst du aber. Das Spiel kann schnell vorbei sein. Komm, lass mal schnell spannende Musik anmachen. Der Eisberg kommt in meine Nähe. Der Eisberg kommt in meine Nähe. Eigentlich sitzt er abends zuhause und hat halt keinen. Mit dem man mal drüber sprechen könnte, ob das jetzt ein guter Plan ist oder ein schlechter Plan. Dann kommen halt so Sachen dabei raus. Das kann einem auch ein bisschen leid tun. Hallo. Wink mal zurück. Früher habe ich mir immer gewünscht, dass wir den Kapitän von dem Schiff zurückwinkt. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man gar nicht richtig wütend sein, weil einem das schon wirklich ein bisschen leid tut. Mir ist kalt. Oh! Diesen Joker hier möchte ich Airwolf taufen. Die Älteren von euch wissen, dass das eine Serie gewesen ist, wo ein Typ einen Hubschrauber gesteuert hat. Aber das war nicht irgendein Hubschrauber. Das war der gefährlichste Hubschrauber der Welt. Und der hier ist auch der gefährlichste ferngesteuerte Hubschrauber der Welt. Da ist nämlich eine Nadel vorne dran. Und wenn ich den jetzt hier starten lasse und der Airwolf mäßig rüber zu Klaas fliegt, dann bohrt sich diese Nadel in sein Boot. Und dann würde ich sagen, the rest is history. Ich hab's schon mitbekommen. Komm her du. Wollt ihr hier meinen Luftraum überquert? Dann gibt's Baddeln wieder rein. Komm her. Auf die Plätze. Hö Tour Würde. U! Der ist weg. Aber ich halt noch Gas vielleicht. Der hat 40 Euro gekostet, Mann. Da hättest du vielleicht mal 100 ausgegeben, dann wär der auch 2 Meter geflogen. Ach, Manno! Man darf eine Sache nie vergessen, ne? Wir verdienen hier gerade Geld. Punkt, ne? Das ist unser Beruf. Ich hab heute Morgen, musste ich auch lachen, als ich zuhause erzählte, ob ich fall zur Arbeit. Ich hab wirklich heute Morgen gesagt, ich fall zur Arbeit und hab nachgefragt, was machst du denn heute? Mich gesagt, ich bin als Käpt'n Igo verkleidet im Kinderschlauchboot auf der Spree und es wurde nicht mehr groß nachgefragt. Es hieß nur, okay, bis später. Okay. Joko? Weißt du, was besser ist, als ein ferngesteuerter Hubschrauber mit einer Nadel dran? Ein ferngesteuertes Boot mit einer Nadel dran. Hör auf! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Ey, nein, nein! Du Penner! Das glaub ich jetzt nicht, ne? Steckt der da drin? Scheiße! Ich leg's einfach so rum wie ganz ins Wasser. Es wird ein langsamer, qualvoller Tod. Scheiße! 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 Ich brauch meinen nächsten Joker! Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ab jetzt ist Tempo angesagt. Ja! Ohohoho! Ey, Joko, du singst! Ich sinke, ja, ich weiß! Alter! Hör auf! Ey, das geht nicht mehr. Ich bin manövrierunfähig. Jetzt wird's ja auch kritisch. Wenn ihr mich jetzt hinsetzt, ist das Boot in Nullkommanix weg. Ich mach dich jetzt alle! Das war ein einziger Wahnsinn! Und jetzt hör auf damit! In Nullkommanix weg! In Nullkommanix weg!